Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Pixelmon mit Ramla und Koti. Hallo. Ist ja gut, dass ihr einfach aufnehmt. Oh, ich war gar nicht bereit. Okay, egal. Hallo. Na ja, wat? Wat willst du? Ich ist ein bisschen gay. Alter, nimm mal deinen Achtur-Talk hier weg, Koti. Das steht im Weg. Echt mal. Lässt da das hier einfach frei rumlaufen. Das geht so nicht. Ja, nur weil ihr eure Pokémon kein Freiraub, Freiraub, kein Freiraub gönnt. Freiraub? Doch, das mach ich immer. Penis ist kein Pokémon. Nee, Pichu rennt bei mir immer frei rum. Glaube ich muss erstmal alle meinen Pokémon hier hinstellen. Wat musst du? Ja, klar reicht das Leder locker. Man kriegt doch drei Bücher aus einem Leder. Echt? Seit wann? Haben sie das geupdatet? Ich hab immer anscheinend, weil ich kenne es auch nicht, was mich zugeben. Echt? Also das wundert mich schon so ein bisschen. Hätte ich... Also früher, als das eingefügt wurde mit dem Leder, hast du aus einem Leder ein Buch bekommen. Ja. Achso, vielleicht haben sie es nochmal geupdatet, weil das... Ja, weil es halt nie will. Kack mal. Hat ja mega lang gedauert ey. Oh, das ist nur für den Pixelmann so, weil du eh noch schwerer an Leder kommst. Richtig. Das könnte allerdings auch sein, aber das ist halt vielleicht. Kannst du wieder Milktanks töten. Boah, ich hab hier viel Bock drauf ey. So, ich kann mal ein bisschen Erde fahren ey. Erde form. Stimmt, wir müssten eigentlich auch unsere Felder mal wieder ordentlich machen. Ah, scheiß drauf. Deine Felder mal wieder ordentlich machen. Eigentlich lohnt es sich das überhaupt keine Automanche weit fahren zu machen, weil eh alles voll ab Pokémon ist ey. Stimmt. Stimmt. Ich glaub ich mach die unterirdisch einfach. Ich glaub das ist genau so eine komische Fackel, die das verhindert mit dem Spawn. Muss man eben nachgucken. Oder war das mit einem anderen Modpack? Das war... It's the Beast. Schade. It's the Beast. Guck ich auch wieder spielen, macht so Spaß. It's the Beast. Oh. Ja, könnte man nur wieder, ne? Hier wieder, Luca. Hä? Ich will mir auf das Papier wählen, ich hab dir grad verstanden. Nö. Oh lol. Einfach nö. Hier wird nicht. Bist du jetzt, ja? Kannst du vergessen, Rammler. Hier wird nicht. Hä? Oh lol, da ist ein Lob raus. Danke. Level 530. Wat? Ja. Jetzt ernsthaft? Nein, nein. Geht doch gar nicht über Level 100. Ja. Außer wenn der Rammler ein bisschen rumspielt. Ja. Probier gehen wir auf. Dann schon. Aber wenn ich eben... Alter. Dann tippen. Hallo. Wer tippt denn da? Du musst hier hören. Hören macht. Wieso? Das kommt davon, wenn ihr aufnimmt, ohne mich zu fragen, ob ich bereit bin. Habt ihr das nicht mittlerweile als Star Wars geguckt? Nein. Habe ich immer noch nicht. Und selbst dann würden wir hier nicht spoilern. Nee, hab ich auch nicht gesagt. Ich wollte eine gute Frage auf die Spitzung. Ach so. Nee, eben noch nicht. Lass mal los. Ich spoiler dich nachher. Nein. Vergiss es. Aber so war es schon. Hör auf damit. Ich werde dir so sagen, dass jemand stirbt. Ich weiß schon, wer stirbt. Ja, du kannst... Du kommst davon nicht weg. Das weiß... Das weiß ich, glaube ich, mit der rechten Nieder. Wer kannst du von dem Film nicht spoilern? Nee, na, du könntest da so Aufmachung und so spoilern. Aufmachung? Und so. Ja, na, wie es halt so gemacht ist und so. Ja, so Weltall. Du kannst zum Beispiel den Titel spoilern. Oh. Also wer jemand spoilert den Titel, ey. Dann wäre ich ja richtig grantig. Oder. Das Erwachen der Macht. Dass das Wort die Macht vorkommt. Das ist ein Spoiler. Die Macht kommt vor. Die Macht nicht, aber die Macht doch. Doch. Sag ich doch. Ja, also eins ab. Du bist ja ein Heldrammler, ey. Der Held der Heldigkeit. Hallo, Pichu. Oh. Ja, schau. Level 82 läuft bei dir. Alter. Don't übertreiben. Ob. Was denn für ein 82er? Ob. Level 67. Warum haben wir jetzt so viele Shinies hier eigentlich? Keine Ahnung. Was ist denn ein Wrench-Upgrade? Keine Ahnung. Na, wahrscheinlich ein Schraubenschlüssel-Upgrade. Nicht ein Wrench? Wrench. Wrench? Also wie die Farm. Lass uns das klein mal machen. Farmer. Farm auf Geld. Haben wir ein PC? Noch übrig? Ähm. Ja, bei Pickel, bei... Das ist nicht zu Hause. Den hole ich mir. Nee, der ist in Use. Den hole ich mir. Wieso? 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 Wieso brauchst du denn jetzt noch ein PC? Weil ich daraus es craften will. Ey, mach nicht den PC kaputt. Nee. Brauchst du Aluminiumplatten oder was? Nein, der geht nicht kaputt davon. Aber wofür brauchst du denn den PC? Ja, um was zu craften. Hä? Achso. Mann, dann such dir einen. Nö. Am Arsch. Das war eh wahrscheinlich einer von denen. Ich hab gebaut und hab mir die Kiste gepackt. Nein, den hab ich mir selber gefahren. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ey, den hab ich mir selber aus dem Poké Center mitgenommen. Ja, kannst dir einen neuen suchen. Ja, ich mach. Yo, klar. Wieso, ey? Du hast ja gesagt, wir haben ihn noch. Ja. Ja, aber ich wollte meinen schon noch behalten. Ey, kannst ja neuen, ey. Hast Glück, wir haben dort zwei. Ja, na klar. Gut, sehr schön. Ich komme jetzt trotzdem gleich holen. Nein. Doch, allein aus Trotz. Lass den da in Ruhe. Er hat dir nichts getan. Er atmet genau wie du. Das ist schlimm genug. Boah. Ey, jetzt, äh. Jetzt geht's ja hier los, ey. Jetzt geht's ja los, ey. Wow. Wow. Aufnehmen sollten wir Schlange. Ich hab wieder nur Kacke bekommen, ey. Wow, Rammlach. Shiny? Wow. Guti? Wie bitte? Hast du auch ein Shiny? Ja. Shiny! Ich hab einen Sodapop, einen Freshwater und Eishailer bekommen. Ja. Lamus, alter Schwede, 68. Alles klar. Hab ich auch gesehen, kein Ding. Das hat aber ewig lange gedauert, weil das Ding kein Schaden nimmt, ey. Aber warum haben wir jetzt so viele Shinies hier, ey? Was hatten wir, wenn wir ein Wasser, ne? Was haben wir geschütet hat? Wir hatten Eis. Eis. Eisorb, hab ich. Schöne Maniventar. Oben, ne Ecke. Nein, kein Orb. Wow, ein Pokéball, ey. Hammer. Hammer, wie dich bewegst du in dem Outfit. Outfit, Hammer. Ah, ist hartig. Unglaublich, Hammer. Penis. Penis. Was ist ein False, False Swip in der Attacke? Ein Safeguard. Pff. Keine Ahnung. Gut. Ich nicht wissen. Haben wir einen Kolben? Nee. Oh ja. Nicht, also, gut. Ich hab schon einen, aber... Nein, du nicht. ...keinen, den wir nutzen können. Du bist impotent. Oh, loi. Woher willst du nur das wissen? Hast du nachgeguckt oder? Ja, frag mal Michi. Da hab ich dir lange genug in deinem Bett geschlafen. Ach. Oh, ho, ho, ho. Ja, da lacht der ganz dringend, der kleine Tosnit. Wir haben aber auch bloß nebeneinander gepennt. Ja, ja. Nicht miteinander. Ich hab mich nicht sahen gesehen. Löffelchenstellung. Ich hab mich nicht sahen gesehen. Ich hab mich nicht sahen gesehen, ha? Er hat den Samen gesehen, Junge. Oh, loi. Ii. Oh, da steht das nicht. Was klebt denn euren Köpfen vorher, ey? Da steht das nie drauf, ey. Nee. Ist grad schon so ein bisschen verstörend, ne? Ja, für dich, für uns nicht. Äh, doch. Für mich auch. Also, ihr seid sowas gar nicht. Also, ich weiß ja nicht, was du so für normal bist, dass ich jetzt sowas auch nicht. Ach, Kram, der macht sowas täglich. Nimmt, dass ich irgendwelche Penner von der Straße und dann jetzt rauskomme. Wollt ihr mal bei mir schlafen? Kurti, komm mal nach oben. Oben auf der Tauschmaschine. Bin unterwegs. Was macht ihr denn auf der Tauschmaschine? Kannst du mal mit meinen Fliegen auch mal kommen? Bin unterwegs. Siehst du diese wunderschöne Blume in der Ecke? Hm. Weg. Oh, lol. Was ist das denn? Oh, lol. Wow, du bist der Einste, der darauf zugreifen kann. Ja, ja. Was, ich baue es ab? Was, was, was kannst du denn da machen? Was ist denn das für ein...